Ich will spielen! Los! Auf der Stelle! Du wach! Mann, mach ihn da! Ich will an die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel! Hey, du Uhrensohn! Es wachst mir an! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf der Stelle! Ach! Was ist das denn?! Oh mein Gott, was ist geschehen?! Ich lerne, ich will spielen! Schnelles Start! Jetzt geht's los! 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 Ich will Marie Pierce privilegieren! Ich kann mich über média werden Es lädt! Ich will nicht dass es lädt! Wenn es lädt! Dann.. Positiv decken! Einfach positiv decken! Gleich geht's los! Positiv! Es geht los! Es geht los! Es geht los! Nimm das! Frisch das! Ich hab ihn umgebracht! Los, los! Frisch das! Scheiße! Du Hurensohn! Ich werde dich umbringen! Ich habe verloren! Ich habe verloren! Ja! 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 Ich habe verloren! Der Escape-Knopf fährt! Der Escape-Knopf! Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? Warum nehme ich nicht? So! Ich brauche keine Hilfe! Ich brauche keine Hilfe! Ich brauche keine Hilfe! Ja! Ja! So! Der Hack-Knopf als Ender-Knopf ist! So gut, so! Jetzt mache ich euch voll fertig gewohnt! Genau! Er geht nicht! Okay! Ich werde euch fertig machen! Ich werde euch einfach fertig machen! Ja! Frisch das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich habe mich umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Ja! Frisch das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach abknallt! Mit der Soul-Driffle! Ich werde dich einfach abknallen! Mensch, mein Hurensohn schießt auf mich! Ich gebe dein Hurensohn schießt auf mich! Nein, ich muss das nicht mehr so machen, ich muss das nicht mehr so machen. Nein, nein, ich muss das nicht mehr so machen.